So, willkommen zurück zu Eastshade. Folge könnte Nummer 17 sein. Ich bin gerade wieder in Nava unterwegs. Wow, es wird wieder eine leute Nacht sein, das ist sicher. Ähm, würdest du Kais Trank für mich testen? Willst du mich für die Tränschen von entbehörten Pläten checken? Ja. Ich freue mich die Ränschen-Tests. Gib mir die Potion in ein paar Minuten. Okay. So. Vielleicht ist der Apotheken-Betreiber doch unschuldig. Du bist in Glück. Keine Tränschen von irgendwelchen gefährlichen oder illegalen Substanz in hier. Hier ist der gesamte Report. Kommt zurück, wenn du noch etwas anderes hast, um mich zu testen. Ein schöner Tag für die Wissenschaft. Well, ich habe einige Tests gemacht. Leider sind meine Ergebnisse ... unkonklusiv. Die Lösung ist, dass ich so viele Dinge mit so vielen Dingen bekomme, dass ich nicht eine klare Rechnung von ihrer Komposition bekomme. Ich habe mir gedacht, Melik klaims, dass das lebendigende Ingrädient in seinen Potionen ... ... Wasser aus den lokalen Hotspringen ... Ich weiß, dass es eine große Frage ist, aber ich frage mich, ob du interessiert bist, dass du Wasser-Sampels von jeder der fünf Hotspringen von Eastshade bekommst. Dann können wir wirklich diese Frage auf einmal und für alle antworten. Nicht mehr Tricks, nicht mehr überpriced Traps. Was sagst du? Ja, kann ich machen. Scheiße, an einer heißen Stelle war ich doch schon. Fantastisch! Nehmen Sie diese leuchten Hotspringen. Die Komposition sollte ziemlich leichter sein. Ich finde, die fünf Hotspringen wird das schwerste Teil sein. Sie sind in allen Körnern des Islens und einige sind eher entfernt. Sie sind in allen Körnern des Islens. Ein paar sind gut versteckt, ja toll... ... zurück, bis dann... ... oh verdammt... ... was habe ich mir nur eingebrockt? Ich... ... schaue mal ganz kurz auf der Karte. Das war die eine heiße Quelle. Da muss ich aber ja jetzt noch mal hin. Was war da? Ach, Mist. Na gut. Die Sonne geht eh gerade wieder unter. Mist, Mist, Mist. Wofür bekomme ich Inspirationen her? Was ist mit den Büchern? Die kann ich nicht lesen. Quellen. Die Sonne geht fast unter. Hm. Moment. Nee, bringt nichts. Scheiße. Ich gucke, wie weit ich laufen kann. Hm. Eventuell wachen wir dann in Raben... ...er Falkenhorst auf. Dann habe ich es zu der einen Quelle zumindest nicht weit. Ähm. Dann laufen wir jetzt bei Kai in der Apotheke vorbei. Das Dumme ist nur, das bringt keine Inspiration. ...er Ton. Da-da. Tra-la-la. ...la-la-la-la-la-la-la-la-la. ... проблемbut... ... нужно. Schnell zur Apotheke. So. Ja, wir haben es testen lassen. Hier ist der Bericht. Ähm, kein Problem, bitte. So, dann sagen wir vielleicht auch Caelan Bescheid. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht so, wie ich mich selbst. Ich meine, was wir sind? Was haben wir? Du bist richtig. Wir haben unsere Beds, voll von Lies und Thorns, ich suppose. Ich habe den Ruf deines Ehemanns gerettet. Nein, das nicht. Ah, natürlich. Wie die Geschichte begann, werde ich nie verstehen. Äh, eigentlich... Ich glaube, ich sehe genau, wie das passiert. Ich hoffe nur, dass die Noten unserer Moralität so schnell spürt. Ich hoffe nur, dass die Noten der Falkanur ist. Ich hoffe, dass die Noten der Falkanur ist. Ich hoffe, dass sie zu Hause und trinken sie nicht in der Falkanur zu sehen. Eier Pilze Da ist Annikas Haus Oh, schnell Schnell in das Haus rein Und ich hoffe die Hier hat nicht gemerkt, dass wir die Oh, verdammt Okay, das haben wir nicht geschafft Dafür müssten wir jetzt wieder in Falkenhorst gelandet sein Eier Gut, 19 Uhr bis Rasten Ah, bis 5.30 Uhr, so in etwa Gut Na Hallo liebes Spiel, bist du abgestürzt? Bitte nicht Verdammt Verdammt Komm, komm liebes Spiel Es geht weiter Es geht weiter Ich hoffe es gab keine Bildstörung bei euch So Thema wählen Nö Tschüss Ab zu den heißen Quellen Hier sind noch Pilze Hier sind noch Pilze Hm 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 Da 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 Ist ja Musiker noch da Vielleicht könntet ihr noch mal ein Lied spielen Geht ihr noch meinen Song hören? Ich kann die Prächtigung benutzen Ja, spiel mal Ich bin ein Ich bin ein Gitarren Ich bin ein Musik Ja, hier ist mein Song wieder. Ich kann die Praktik nutzen. So, ich laufe mal weg. Warte. So, spiele mal. Ich komme gleich wieder. Okay, der hat gemerkt, dass ich weglaufen bin. Schade. So, hier können wir die erste Wasserprobe nehmen. Irgendwie. Heiße Quelle. Sitzen. Giftknoller. Leere Flasche. So, jetzt habe ich noch vier leere Flaschen und... Probe einer heißen Quelle. Okay, wunderbar. Da bekomme ich noch mehr Inspirationen. Äh, schade. Ich folge es ja eh gleich vorbei. Dann werde ich mich jetzt nochmal hier hinsetzen und nochmal Musik hören. Ja, bitte. So, ihr könnt abschalten. Hier passiert nicht mehr viel. Ich glaube, ich höre mir jetzt fünf Minuten lang sein Lied an. Musik. 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 Okay, bitte nochmal. Care to hear my song again? I could use the practice. You can see the practice. Oh, 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 oh. Ich hör's Luther. Ja. Ich bin ein Schade, ein Lied in den Tränen, mein Grimland, mein Lohr. Kannst du meinen Song hören? Ich kann die Praxis nutzen. Knapp, ich will das wieder tun. Was ist so ein Beat? Dum-di-di-dum, dum-di-di-dum. So, da würde ich sagen noch zweimal das Lied und dann ist die Folge zu Ende. So, da würde ich sagen. So, da würde ich sagen. So, letztes Lied für diese Folge. So, genug des Guten. Tschüss, ciao, bye, bye.